Hey, freut mich, dass ihr und du und wir alle, dass ihr wieder derer dabei seid. Ja, es geht weiter und da war mal der Frame Einbruch des Todes. Wir müssen hier nach links und ich glaube, ich glaube, dass wir jetzt, also ich glaube von ganz tiefstem Herzen, dass wir jetzt zum Lieben Agrid müssen. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Es geht doch jetzt halt um die Erinnerung von Horace, oder? Ja, und wir müssen doch nicht nach links irgendwie. Hä? Aber die Tür, die war doch zu. Also wir sind hier im Gang von dem Raum der Wünsche, aber irgendwie... Hä? Ach so, ach wir müssen hier rechts rein. Oh, bin ich blöd. Hä? Nein, auch nicht. Was, was mache ich denn falsch? Okay. Ah, guck mal. Gucke mal, gucke mal. Wir müssen irgendwas erstmal machen, bevor es weitergeht. Und zwar mit dieser komischen Box hier irgendwie. Ha. Wo muss ich denn damit jetzt hin? Ich verstehe nicht. Ah. Hier? Muss ich hier hin? Ah. Dafür sind die Eulen also da. Das habe ich ja noch nie gemacht. Stud-Magnet freigeschaltet. Okay. Ich frage mich, ob das das macht, was ich denke. Wenn ja, ist es für unser 1 ziemlich unnötig. Also Stud-Magnet heißt das, ich kann nachher in so ein Level reingehen und das holt mir alle Bricks, die es gibt. Also alle Studs halt. Wenn ja, brauche ich es ja nicht. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Muss ich hier lang? Ich kann doch gar nicht da rechts. Äh, links, links. Eben, wo ich gerade war, da kann ich doch gar nicht lang. Ich probiere jetzt erstmal mit Aguamenti hier mit der Treppe weiterzukommen. Also das Gute ist, hier gehen ja Studs runter, ne? Hier, guck mal. Diese Geister-Studs, Leute. Diese Geister-Studs zeigen mir den Weg hier runter. Das heißt, es gibt noch Hoffnung. Wir müssen nicht zu Dumbledore. Das ist auch sehr gut. Wir müssen zu Hagrid. Locker. Ich garantiere euch das jetzt. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Entweder Hagrid oder... Aber das wäre komisch, wenn das jetzt passiert. Wenn wir schon, ähm, weitergehen. Und schon das sechste Jahr. Also wenn das jetzt weitergeht. Aber theoretisch, wir haben ja immer noch nicht die komplette Erinnerung. Wir wissen nur, dass Slushorn und Tom Riddle, dass die sich unterhalten hatten über Horcruxe. Aber wie es genau ausgegangen ist, das wissen wir noch nicht. Moment, das hier... Oh, Lavender. Hallo. Können wir die küssen oder so? Ne, können wir nicht. Aber irgendwie ist das hier nicht der Weg zu Hagrid, oder? Bin ich jetzt blöd? Ach doch. Ach doch, 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 doch. Wir gehen zu Hagrid, oder? Ja, wir gehen zu Hagrid. Zu Hagrid. Endlich ist es soweit. Nein. Nein, 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 nein. Das ist hier doch nicht Hagrid. Was le... Was wollen wir denn hier? Das ist doch jetzt nicht der Weg zu Hagrid. Ach so, wir müssen... Ah. Okay, 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 jetzt, jetzt verstehe ich. Wir müssen erst ins Gewächshaus, weil sich Slushorn ja für diese komischen Blumen interessiert. Für irgendeine, weiß ich gar nicht, aber irgendwo mit wollte er Geld machen oder so, weil die irgendwie ganz selten sind für einen Zaubertrank. Vielleicht wollte er die auch dafür benutzen und es geht gar nicht um Geld. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Gewächshaus und danach gehen... What the heck? Cool, der hat sich gerade mit Wasser aufgesogen. Sah ziemlich cool aus. Auf jeden Fall gehen wir danach nämlich zu Hagrid runter und dann, dann passiert das alles aus dem Film, was ihr wahrscheinlich auch kennt. Richtig cool. So, dann schauen wir jetzt erstmal, was im Gewächshaus so vor sich geht und was wir dort zu machen haben. Wahrscheinlich ist es jetzt auch eine große Cutscene, die bei Hagrid endet. Ja, 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 bitte, das wäre richtig cool. Da ist Slushorn. Ja, ha, 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 ha. So, ich hole mir nur so ein bisschen... Oh, mein Zauberstab. Äh, was zum... Oh, ach ja, wir haben ja Felix Felicis am Start. Das heißt, bei uns kann nur alles klappen, was wir wollen. So, hier ihr Zauberstab. Da haben sie Professor und er sieht die Lego-Coins. Er sieht das Geld. Ron ist bedient, ne? Ja, Ron, ich mach das schon. Geh du erstmal weg. Na, Professor? Na? Ha, ha, ha. Wollen wir noch ein bisschen abhängen? Hm. Oh, oh. Bosskampf, Bosskampf. Das sieht mir nach einem Bosskampf aus. Und das ist wahrscheinlich auch einer. Ich glaube, nur mit Lumos kommen wir an dem Ding nicht vorbei. Allerdings sehe ich oben auch keine Herzen. Also ist es vielleicht doch kein Bosskampf. Ähm. Ich hab doch Felix Felicis, ne? Da müsste ich das Ding doch richtig in die Tonne kloppen können. Und zwar mit... Lumos. Okay, das Ding ist immun gegen Lumos. Ähm. Okay, okay, okay. Ich überleg mir was anderes. Keine Sorge. Keine Sorge. Wir sind ja kreativ, ne? Gell? Ach, guck mal hier. Oh, die Musik, Leute. Gönnt euch mal diese Hintergrundmusik. Schön. Ich find's gerade richtig schön. So, wir haben erstmal hier den Weg wieder ins Gewächshaus gefunden. Und wir brauchen einen Schlüssel, um... Den Tresor zu knacken. Äh, zu knacken. Ja, um den Tresor zu öffnen. Warte, 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 warte. Ich bin hier noch gar nicht fertig. Was hab ich denn da oben mit der Blume gemacht? Da. So, wir bewässern erstmal hier... Oder auch nicht. Ich wollt grad sagen, wir bewässern hier dieses komische Ding. Aber machen wir doch nicht. Wir holen uns erstmal jetzt die Brille, glaub ich. Die Zwitscherbrille. Diese Brille hier, um komische Dinge zu... Ach nee, ah... Ah, doch, doch. Ich wollt grad sagen, genau. Hier, diese Quibblerbrille. Und jetzt schauen wir, ob es hier irgendetwas gibt, das wir gebrauchen können. Wir haben erstmal diese Pflanze befreit. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ah, ach so. Hahaha. Sie ist mit ihren Ranken, mit ihrer komischer... Mit ihrer komischer... Mit ihren komischen Wurzeln ist die da im Boden verankert zu den... Also in den Gewächshäusern hier, zu den einzelnen kleinen Dingern. Zu diesen einzelnen Pflanzen. Sehr, sehr gut, dass ich das jetzt weiß. Das heißt, wir kommen hier deutlich schneller voran und deutlich unkomplizierter. Das heißt, ich muss noch einmal in dieses Gewächshaus und nochmal hier den Strang cutten. Also ich muss hier noch einmal die Wurzelfähre nichten. Aber erstmal mit Aguamenti den Wassertank hier füllen. Ne... Oh... Blub. Ist jetzt Wasser drin? Haben wir Wasser? Haben wir Druck? Ja? Können wir alles bewässern hier? Sehr schön. Da fällt mir gerade ein, so eine Frage, die ich ja mal in die Runde stellen kann, ist einer von euch zufällig so ein Hobbygärtner. Oder, das müsste ja nicht ihr unbedingt sein, aber haben eure Eltern irgendwie so ein Garten... Also viele Leute haben wahrscheinlich einen Garten. Wahrscheinlich viele. Aber so kümmert ihr euch da auch drum? Oder habt ihr euch mal damit sowas beschäftigt? Ich meine, ich kenne jetzt einen, ne? Nicht persönlich, sondern... Ich sag mal, ich hab ein YouTube-Video von dem gesehen. Der zum Beispiel auch eigene Dinge anbaut. Jetzt nicht besonders viel, aber so Kräuter und so, ne? Fürs Essen und alles. Ist ganz interessant und kann man ja definitiv machen. Petersilie, Kresse, was es da nicht alles gibt. So, und, äh... Ich find das ganz interessant. Allerdings, für später... Ganz ehrlich? Für später? Ich bin, glaub ich, nicht so der Gartenmensch. Also so... Ne, was heißt, was heißt... Da brauch ich nicht zu sagen. Ich glaube. Ich weiß, dass ich nicht so der Gartenmensch bin. So draußen sitzen und alles ist cool, aber sich darum kümmern... Ne. Muss nicht sein. Gar nicht. Also echt nicht. Ist mal ganz witzig eine Zeit lang, aber auf Dauer... Ne. Da würde ich so einen Garten... Wenn ich einen hätte, den würde ich richtig verwuchern lassen. So, jetzt ist die Frage... Ähm... Ach so! Ach, das sind Dosen. Ich hab mich nämlich gerade gefragt, wie, ähm... Muss ich denn hier jetzt... weitermachen mit diesen komischen Behältern. Ja, auf jeden Fall kommt da so ein Pulver raus. Er ist rot, dann grün, dann blau. Möchte nicht. Ah, jetzt. Und jetzt müssten wir theoretisch... diese Wand da zum Einsturz bringen. Genau. Und jetzt müssten wir die letzte... Pflanze zerstören. Wodurch diese Ranke hier abgekattet wird. Also diese... Ich wollte jetzt schon sagen Ader. Die... Die Wurzel. Die Wurzel muss sterben. So. Da haben wir es jetzt. Und dadurch, dass die Wurzel down ist, ist die ganze große Boss-Pflanze auch down. Also die, äh... Wurde so schwer mitgerissen von ihren drei. Ich mein... Das ist bei Pflanzen sowieso so ein Phänomen, ne? Ist beim Mensch ja auch. Aber bei Pflanzen... Keine Ahnung. Das ist nochmal was anderes, weil... Der Mensch... Wir sind halt so ein... Ja, anderer Organismus als pflanzliche Zellen. So. Ist ja ganz klar. Auf jeden Fall... Ziemlich... Ziemlich krass immer. Ich mein, auch Bäume. Wie die sich Energie... Einfach aus dem Boden ziehen. Aus Licht. Aus Wasser. Also... Was heißt Energie? Halt ihr Leben. Dass sie leben können. Und dafür brauchen sie die und die Dinge. Ein Mensch ist da so, ne? Wenn wir mal zwei Wochen im Keller sind oder so, sterben wir nicht. Also... Äh... Hab ich doch ausgewählt. Ach so. Ich dachte, der macht es automatisch. Jetzt. Defindo. Das sieht hier aus wie so ein... Ist das wieder ein Amboss? Das ist doch kein Amboss. Das sieht aus wie was komisches. Okay. Er scheint so ein Müllbehälter zu sein. Hausmeister Willy sagt ja. Oder ist das ein Eiswagen? Hey, ein Eiswagen. Will wer ein Eis? Oha. Aguamenti. Slutshorn willst du ein Eis? Eis, 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 Eis. Das Eis ist heiß. Da muss man auch aufpassen, ne? Also Leute, jetzt gerade wo ich das hier aufnehme, ist ja die Höchstsaison. Also jedenfalls in Norddeutschland. Also bis zu 30 Grad kommen wir hier jetzt schon. Das ist jetzt kein Joke. Es ist richtig warm, ne? Und... Nein! Ich halte jetzt erstmal die Klappe. Aragog. Hagrid. Hagrid. Und er sieht wieder nur das Geld. Wieder nur die Harpgear. Er denkt sich, ich darf doch mal ein bisschen Gift nehmen, ne? Ich meine, braucht Aragog doch eh nicht mehr. Blub, 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 blub. So. Hagrid. Oh man. Ja, und jetzt spreche ich nochmal weiter, was ich eben angefangen habe. Und zwar ist es so, dass es hier richtig, richtig warm ist und heiß. Und ich eigentlich nur gesagt habe, man muss bei solchem Wetter aufpassen. Nicht nur bei Eis, sondern bei egal was. Es wird alles einfach, also jetzt auch nicht draußen, sondern drin. Es wird alles so heiß, so unerträglich warm, so eklig, so stickig. Es ist, also, es ist echt krass. Ich meine, klar, wenn ihr jetzt sagt, so, wir haben eine Klimaanlage, ne? Läuft, wir haben fünf Ventilatoren, easy. Okay. Dann mag das sein, dass das bei euch alles ganz cool ist. Aber so im Normalfall, ich gebe euch mal ein cooles Beispiel. Oder so cool ist es eigentlich gar nicht. Ich hatte mir so eine Wassermelone gekauft, ne? Und Leute, lagert die nicht allzu lange im Kühlschrank, wenn ihr eine habt. Das ist jetzt ein gut gemeinter Rat. Die konnte man zwar noch essen nach so ungefähr fünf Tagen. Na klar, also die, man konnte die noch essen, ne? Aber ziemlich komisch weich ist die geworden. So ziemlich, also ich habe auch nicht alles davon gegessen, weil es irgendwie, äh, war. Ich mag Melone, ne? Aber das war schon ein bisschen, boah, hatte so einen Nachgeschmack. So, kann ich die Dinger jetzt hier irgendwie einpflanzen oder was muss ich damit machen? Was muss ich denn damit machen? Ich probiere erst mal Lumos. Ja, Lumos zieht nicht irgendwie. Äh, hallo? Okay. 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 Okay, 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 okay. Ähm. Das ist ziemlich seltsam. Also, die Weasley-Kiste verprügelt uns, ja? Hier liegt ein komisches Teil. Kann Slut schon irgendeinen Zauber, über den ich noch nichts weiß? Äh, okay. Okay. Das ist komisch. Das ist komisch. Und zwar ist das in dem Sinne komisch, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier tun soll. Kann ich Ara... Warte mal. Kann ich... Moment, Moment, Moment. Wir testen gleich mal was. Können wir Aragog... Äh, wieso denn Wasserstrahl? Ach so, wächst hier jetzt was? Ja, Slut schon, geh mal weg. Ein Wasserstrahl? Warum denn Wasserstrahl? Ach so. Aha. Wieder was dazugelernt. Das Ding ist, können wir Aragog jetzt irgendwie hier beerdigen? Das ist auf jeden Fall schon traurig, ja. Aber irgendwie... Irgendwie können wir hier nicht... Wir können ja auch diese Pflanze hier nicht breaken. Das ist das, was mich am heftigsten wundert. Die... Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ich stand nicht richtig. Okay. So, und jetzt bauen wir hier mal was zusammen. Was, glaube ich, den Sarg darstellen soll oder sowas. Oder ist das jetzt... Nein, das ist nicht ernsthaft die Pumpe, um Aragog das Gift auszusaugen. Oh, Mann. Slut schon. Oh, Mann. Dieser Slut schon. Dieser Professor. Will nochmal abgesichert sein. Rente reicht ja nicht. So, dann... Basteln wir jetzt das eine Teil hier mal ran. Und irgendwie... Ähm... Ja, springen wir mal drauf. Aber es fehlt noch eins. Bin ich blöd oder fehlt auf der anderen Seite auch noch eins? Äh, hallo? Okay. Das ging leichter, als ich dachte. Jetzt ist aber die Frage. Muss ich hier ganz oft springen oder fehlt auf der anderen Seite wirklich noch eins? Aber ich kann doch die Weasley-Kiste gar nicht öffnen. Ich kann doch als Slut schon und Co... Warte mal, muss die mir vielleicht ganz oft ins Gesicht hauen? Und dann kriege ich da das raus, was ich brauche? Moment, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ha. Seltsam. Hier wird mir wieder Aguamenti empfohlen. Die Frage ist, wofür? Worauf Aguamenti? Ah, hier. Ach so, ach so. Das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Aguamenti. Oder wie ich es gerne nenne, Agua Erupto. So hieß es nämlich bei Feuerkelch. So, und jetzt, Salah, haben wir hier, äh... Jetzt haben wir nämlich den Vorteil, dass wir hier eventuell was rausbekommen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir machen die Pflanzen nochmal kaputt, genau wie eben drüben. Und theoretisch, theoretisch müssen diese Pflanzen uns was droppen. Ja gut, haben sie jetzt nicht. Schwarze Magie beherrschen wir auch nicht. Ich verstehe die Weasley-Kiste halt kein Stück, weil wir sie nicht nutzen können. Wir können die Weasley-Kiste nicht... gar nicht nutzen. Erstmal lassen wir hier nochmal was wachsen. Wachse und gedeihle, meine Pflanze. Wachse und gedeihle. Ach, gucke mal. Na? Du bist doch nochmal was komplett anderes als die anderen Dinger. Du bist ja so ein komischer Tannenbaum hier, oder was ist das? Reduktio. 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 Es geht einfach nicht kaputt. Ah, jetzt haben wir es langsam. Ernsthaft jetzt? Außer Coins gab das nix? Achso. Achso, da haben wir jetzt das Blumenbeet. Aber so wie ich das Spiel kenne, gibt uns das jetzt auch wieder nix. Okay. Cool. Das kann... Ähm... Warte mal. Das kann nicht mit nur einer Seite machbar sein. Ich will mal etwas anderes ausprobieren. Zwei Dinge will ich ausprobieren. Erstens, kann Fang hier irgendwo noch buddeln. Ich denke aber nicht. Oh. Oh. Achso. Das geht hier noch weiter, das Level. Ach, das geht hier noch weiter. Ja, na dann. Dann sind wir ja noch lange nicht fertig. Cool. Das wusste ich nicht. Aber jetzt natürlich schon. Na dann hab ich nix gesagt. Dann beschwere ich mich mal wieder zu früh. Na denn, na denn, na denn. Ja, 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 ja. Aber die Frage ist, für wen ist denn jetzt immer noch das Eis? Warum hab ich jetzt die Blume aufgeh... Achso. Ich weiß warum. Für den Zaubertrank. Aber für den Zaubertrank bräuchte ich den Kessel. Und den Kessel, den kann uns unser Freund Fang, glaub ich, ausbuddeln. Tja, nix ist. Kann er doch nicht. Äh, hallo? Äh, ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Äh, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ganz und gar nicht. Wie soll ich den Kessel denn aus dem Boden kriegen? Buddelt der uns das jetzt aus? Der Typ hier? Vielleicht sorgt der dafür, dass wir den Kessel bekommen. Das kann sogar sein. Weil der jetzt aus dem Loch hier vorne rauskommt und den Kessel jetzt raushaut. Das wäre cool, wenn er das macht. Ja, dankeschön. Du bist der Beste, Kleiner. Du bist der Beste. Dafür brauchen wir auch das Eis. Das hab ich hier irgendwo mal abgelegt. Na toll, jetzt ist es leider weg. Aber das macht nix. Wir finden das schon wieder. Keine Sorge, keine Sorge. Spinnenlein, Spinnenlein an der Wand. Komm zu mir in meine Hand. Jetzt in den Kessel hinein. Du sollst eine schöne Brauzutat sein. So, irgendwie können wir dann den Weasley-Kessel, den können wir dann benutzen, wenn, ähm... Wo war denn jetzt das Eis? Wo hab ich das denn jetzt her? Wir können den benutzen, wenn wir einen Vielsaft-Trank gebraut haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich hab mein Eis hier doch gedroppt. Also mein Eis lag eigentlich... Also jetzt mal ganz, ganz von vorne, ne? Mein Eis lag eigentlich hier, hier vorne, hab ich's abgelegt. Warum ist es jetzt weg? Warum ist mein Eis weg? Ah, ich denke, ich hol mir ein Neues. Die Frage ist, von wo? Oder was für eins? So ein Magnum-Eis oder Vanille oder, äh, Stratzer Teller. Oder diese Nusstüten. Oder diese Sandwich-Eis-Dinger. Oder ein Cola-Eis. Oder Capri-Eis. Ey, im Schwimmbad, ne? Oh. Kennt ihr da das Eis? Beste. Wenn man im Schwimmbad ist, ist es nice. Also, so im Sommer generell. So, jetzt ist die Frage immer noch, wo ist mein Eis? Irgendeiner hat mein Eis geklaut. Ich weiß nicht wer, aber Anzeige ist raus. Oh, guck mal. Wir haben Fang freigeschaltet. Was soll das denn jetzt heißen? Heißt das, wir können nachher alle Level mit Fang machen? Das ist irgendwie cool und verstörend. Weil wir doch keine Zauber machen können. Wir können doch nur das, was fangen kann. Ist das ne Eispflanze? Ne, aber die war blau. Wo krieg ich jetzt das Eis her? Wo hab ich das denn... Wo hab ich das Eis denn original her? Warte mal. Wo hab ich das denn zu aller, 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 aller erst bekommen? Na, von dem Eiswagen natürlich. Ja, sehr schön. Und jetzt brauchen wir uns den Vielsaft-Trank. Und der wird jetzt... Oh mein Gott. Es hat den Trank zerschellt. Aber ist gar nicht mal so schlimm. Ist eigentlich egal. Denn hier haben wir die zweite... Ja, das zweite Dingens, was wir brauchen. Um Aragog mal eben das Gift auszusaugen. Oder Blut. Oder ich weiß nicht, was es ist. Hagrid, sei nicht traurig. Wir alle machen Verluste im Leben. Okay, Harry will Aragog in das Grab schieben. Leider schafft er es nicht. Hagrid, oh. Aragog. Mein bester Freund, Aragog. Oh, 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 oh. Harry, hat er einfach das Bein abgerissen oder ihm? Harry, was... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Harry, was tust du? Gute Nacht, Hagrid. Schlaf gut. Und jetzt, Professor. Sludgehorn, müssen wir beide mal reden. Meine Mutter. Lily. Harry. Die Erinnerung. Professor. Sie können dafür sorgen, dass meine Mutter nicht umsonst gestorben ist. Tun Sie es. Für Lily. Für Lily. Für meine Mom. Bitte, Professor. Sorgen Sie dafür, dass er aufgehalten werden kann. Der dunkle Lord. Danke. Dankeschön, Professor Sludgehorn. Level abgeschlossen. Freies Spiel. Frei geschaltet. Hauswappen haben wir. Keins. Ach doch. Gryffindor. Und das war ein interessantes Level. Also das war, ähm... Ja, Aragogs Tod. Und die Erinnerung von Sludgehorn. Und, äh... Ja. Sehr schön. Also ich fand's sehr cool. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Denn theoretisch... Eigentlich müsste doch jetzt schon gleich der Ausflug kommen. Ich müsste doch jetzt gleich schon als Harry mit Dumbledore reisen, oder nicht? Es ist doch gleich schon soweit. Erstmal gehen wir jetzt ins Schloss. Denn ich denke, ich muss sowieso zu Professor Dumbledore. Und dann werden wir uns im Denkarium mal die neuesten Ergebnisse anschauen. Was der Professor Sludgehorn uns da denn so hinterlassen hat. Also die, ähm... Erinnerung. Die Erinnerung. Die wird sich angeschaut. Das ist klar. Auf nem 4K. 30 Zoll. Okay, 30 Zoll wäre ein bisschen wenig. Aber auf so nem 4K-Fernseher wollte ich gerade sagen. Jetzt hab ich's aber eh verkackt. Also, egal. Wo muss ich denn hin? Ach hier. Ach so. Oder, äh... Ich muss doch jetzt zur großen Treppe. Die ist doch auch hier, ne? So. So. Da ist die große Treppe. Gehen wir... Gehen wir mal rauf. Und schauen, was Albus uns gleich so zu sagen hat. Und ob er stolz ist auf seinen jungen Harry. Und die Crew. So, mal wieder hier das übliche Spiel. Kommt mal alle rauf. Wingardium, Elivio, Zah. Dupdi, dupdi, dup, 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 dup. Geht wirklich hinter Tom Riddle und Slutshorn in der damaligen Zeit. Oh, die Hand, die Verfluchte, die ist auch am eskalieren. So, Professor, ich hab die Erinnerung. Schauen wir mal. Oh, Kruxel. Wie ging die Erinnerung wirklich zu Ende? Oh, Kruxel. Voldemort. Tom Riddle. Sieben, Horkruxel. Zwei sind eliminiert. Das, ähm, Amulett von Slytherin ist das nächste. Oh, Dumbledore, fall nicht runter. Professor. Und da sind wir. Dort ist das Amulett, das wir zerstören müssen. Oh, Mann, Leute. Und ich, tut mir leid, wenn ich mich jetzt irgendwie vertan hab, auf der Liste eben, es waren, soweit ich das richtig gesehen hab, sechs Horkruxe. Aber, das Buch, das Buch aus dem zweiten Teil, das Tagebuch von Tom Riddle lag da ja schon, deswegen dachte ich sieben. Und ich kann mich auch erinnern, ich glaub, es waren auch sieben Horkruxe, nicht sechs, oder? Ich glaub, es waren sieben. Oh, Dumbledore kann sogar schwimmen, sehr cool. Was können wir denn hier machen? Ah, wir können apparieren und können dann hier auftauchen. Okay. Wow, das war impressive. Geht das nochmal? Nee, es geht nicht nochmal. Ja, das war heftig. Wir wählen jetzt erstmal Defindo aus. Und spielen noch ein bisschen Dumbledore, solange es geht. Das war jetzt kein Spoiler und keine Anmerkung auf das, was natürlich noch passieren wird. Ja, auf jeden Fall, ähm, sehr cool, dass wir es soweit geschafft haben in diesem Jahr. Wo muss denn dieses Rote hier hin? Ach so. Ach, das muss, äh, ach so, das Eis hier schmelzen. Ist das Eis? Wo muss... Hallo? Okay. Äh, hallo. Ich komm hier nicht weiter nach rechts. Ich kann das höchstens in die Höhe ziehen. Aber es macht ja auch keinen Sinn. Tschüss. Kann ich die Fackel mitnehmen? Okay, egal. Ähm, wie es weitergeht, das sehen wir. Ich und ihr wahrscheinlich auch. Das sehen wir beim nächsten Mal hier bei Lego Harry Potter. Ich mach jetzt erstmal einen kleinen Schnitt, weil ich glaube, dass die Folge wieder richtig lang geworden ist. Ich würd mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wir den Horcrux gemeinsam zerstören. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute.